Kapitel 10 Familienreise Siehst du, du hast doch an uns gezweifelt. Das soll uns erstmal jemand nachmachen. Das ganze Turnier und Relegationsduell, ohne einen einzigen Kampf zu verlieren. Du hast mich scheinbar missverstanden, Polar. Wie meist. Ich habe dich daran gezweifelt, dass ihr gewinnen könnt. Ich habe euch darauf aufmerksam gemacht, dass ihr das eine Mindset verfolgt hattet, das euch hätte daran hindern können. Der nächste Tag war angebrochen. Polarna Wattra waren gerade von ihrem ersten Kampf im Stadion Crowning zurückgekehrt. Es war kein spannender Kampf gewesen. Kein Kampf war dies. Polarna Wattra hatten eine Siegesserie aufgebaut, wie kaum andere Pokémon es je könnten. Mit diesem Kampfstil hättet ihr vielleicht sogar eine Chance, nächste Saison zumindest in die erste Runde des Königsliga-Turniers zu kommen. Das Ziel war höher. Sowohl für Epsilon als auch für Polarna Wattra. Doch sie wusste, dass sie mit dieser Aussage Reaktionen herbeiführen könnte. Erste Runde. Was genau sollen wir noch tun, damit du uns zutraust, dass wir das Potenzial zur Spitze haben? Genau auf die Frage habe ich gehofft. Ich habe bloß die Überleitung gebraucht. Es gibt kein wirkliches Irr, sondern es geht darum, was du noch tun solltest, Kel. Und das ist simpel. Welche entwickeln? Du bist ein mächtiger Krieger, aber eine Entwicklung würde deine potenzielle Kraft in Höhen schießen lassen, in welchen du einer der größten aller Kämpfer werden könntest. Und was für ein passender Zufall es doch ist, dass ihr für den Plotarm als nächstes zum Vulkan reisen müsst. Der Ort, an dem Feuersteine natürlich wachsen. Dann beantworte mir doch bitte eine Frage, Epsilon. Ja? Warum genau mussten wir dafür jetzt irgendeine Bedingung erfüllen? Das hätten wir uns doch auch selber denken können, nachdem wir schon am Eisberg waren. Gute Frage. Ich habe einfach darauf gepokert, dass ihr es nicht merkt. Aber keine Sorge. Das letzte Tal erratet ihr nicht so einfach. Darüber sprechen wir dann, sobald ihr diesen hier habt. Na dann. Abreise übermorgen. Was denkt ihr Team? Übermorgen in der Früh. Das klingt für mich nach einem Plan. Kurz zögerte Epsilon. Sie hatte noch nicht mit Seraora abgesprochen, dass sie Polar Navatran nun begleiten wollte. Und sie war sich auch nicht ganz sicher, ob diese überhaupt sonderlich glücklich damit wären. Aber wirklich, eine Wahl hatte sie ohnehin nicht. Eine Sache noch. Ich glaube, es schadet weder Team Slash noch mir, wenn ich ein paar Tage Abstand halte. Außerdem würde ich gerne etwas mit Zeit mit euch verbringen. Irgendwann seid ihr meine Kinder. Aurora, Polar. Und in dieser Welt... Ich kenne euch gar nicht wirklich. Gleichermaßen kenne ich den Vulkan vermutlich besser als ihr. Deswegen möchte ich gerne mitkommen, wenn ihr reist. Tatsächlich wirkten alle drei Mitglieder Polar Navatras aus der Bahn geworfen. War es nun Überraschung oder... Wollten sie Epsilon nicht dabei haben? Können wir... Gib uns fünf Minuten, damit wir uns besprechen können, ja? Natürlich! Die drei neuesten Königsliga-Kämpfer entfernten sich etwas vom Sorak und besprachen sich leise. Epsilon verstand kein Wort. Aber es gab auch nichts an ihrem Gespräch, von dem sie wissen müsste. Bis auf das Ergebnis. Die fünf Minuten endeten als gerade einmal zwei. Als das Team sich wieder zu ihrem ursprünglichen Platz begab. Du kannst mitkommen. Aber für dein Reiseproviant und sonstiges Gepäck bist du alleine verantwortlich, klar? Was denkt ihr, wer ich bin? Natürlich! Die Sonne sank, ging auf und sank erneut. Der nächste Tag kam und ging ohne große Ereignisse. Abgesehen davon, dass Epsilon Seraora von ihrem Plan der Mitreise mit Polanavatra erzählen musste. Glücklicherweise hatte sie offensichtlich richtig vermutet, dass diesem der Abstand ebenfalls recht wäre, sodass er sie einfach mit den Worten »Vielleicht lernst du dann ja wieder zu kämpfen« abziehen ließ. Um ihr Gepäck machte sich Epsilon keine große Sorge. Auf dieser Reise konnte im Prinzip eine einzige Sache schief gehen und das wäre, wenn der Plotkaiser auch dieses Teil der Rüstung bewachen ließ. Andererseits wäre das Ganze auch sehr spannend, denn Amal Gaga würde er niemals auf einen Vulkan hetzen. Was hieß das, dass sich vermutlich gar ein zweites Mitglied der Plot-Elite offenbaren musste? Und damit einerseits eine Chance auf Information, aber auch eine Chance auf Missgunst des Kaisers. Denn sie konnte nicht ihre Seite verlassen. Aber auch er würde es am Ende des Planes verstehen werden. So erreichte sie also am Morgen das Haus Polanavatras. An welchen die Reise natürlich starten würde. Ihre Ankunft war offensichtlich sogar bereits das letzte gewesen, auf was Polanavatras gewartet hatte. Wie Auroras Reaktion beim Öffnen der Tür zeigte. »Wie ist es? Holt die Sachen, dann machen wir uns auf!« Es waren nur gefühlte Sekunden, bis sie alle versammelt im Freien standen und der Trip losgehen konnte. »Den Weg zum Vulkan kennt ihr selbst, nicht?« »Dann würde ich jemanden von euch den Weg führen lassen!« Kel warf einen schnellen Blick auf seine beiden Teamkollegen. »Ja, war eine schlechte Beschreibung dafür, wer den Weg kannte, denn...« Kel tat dies definitiv nicht. »Aber Aurora und Polar beide schon.« »Dann übernehme ich das!« »Also, auf geht's!« »Wir wollen ja auch irgendwann wieder zurück sein!« Das Zurücksein wäre eine der besten Sachen an dieser ganzen Aktion. Dies wusste Epsilon. Ein erster Grundstein wäre direkt gelegt. Und der Mittelpunkt des Planes könnte beginnen. Aber zuvor, sie hatte ja auch nicht gelogen, als sie Polana Watra von ihren Motiven zur Begleitung erzählte. Sie wollte durchaus auch herausfinden, wie ihre Kinder in dieser Welt aufgewachsen waren, wie sie wirklich geworden waren und das mehr als ein Gespräch alle paar Tage es könnte. Hier waren sie so viel näher daran, tatsächlich eine Familie zu sein. Aber auch nur näher. Es war eindeutig, dass eine Kraft stärker als sein Autor, das Schicksal selber, erlaubte in keiner Welt, dass die vierköpfige Familie wahrlich zu viert bleiben dürfte. Der Weg zum Vulkan. War ein Abschnitt der Reise, an welchem Epsilon wahrlich die Mächte zu schätzen lernte, die sie einst als Plottkaiserin gehabt hatte. Sie war durchaus schon manchmal dort gewesen. Aber das ging deutlich einfacher, wenn man eine Rüstung hatte, welche einem die Kraft zu fliegen geben könnte. Das Wissen, dass eine Reise mehrere Tage dauern würde, war deutlich etwas anderes, als diese Reise tatsächlich zu bestreiten. Vielleicht lag es aber auch daran, dass das Soak wochenlang gefühlt nur in einer kleinen Bücherei gesessen hatte. Abgesehen von wenigsten Kämpfen ohne Bewegung. Immerhin hatte sie aber auch schon eine Pilgerfahrt zum Verstand der Welt geschafft. Und trotzdem fühlte sich der Weg deutlich weiter an. Wobei auch Polana Watra darauf vermutlich einen Einfluss hatte. Die Gespräche mit und unter ihnen waren nicht irgendwie schlimm. Die Atmosphäre kochte nicht oder so etwas. Eher im Gegenteil. Diese drei hatten in der ersten Version dieser Welt eindeutig mehr durchgemacht. Selbst bevor sie einander trafen. Sie alle waren deutlich geformter von Krieg. Und bei Gott! Auch wenn Epsilon dort selten mit ihnen sprechen konnte. Und wenn dann als eine alogene Persona. Sie wusste genau, dass Polana Watra damals nicht so unglaublich langweilig gewesen waren. Vielleicht hatte sie zu viel erwartet. In Gedanken immer noch die großen Krieger. Welche sich in den Kampf gegen eine aktiv aggressive Plotkaiserin gestürzt hatten. Denen keine Gefahr zu groß war. Während sie dabei an sich selbst und aneinander wachsen konnten. Aber diese drei hier produzierten nichts als langweiligen Smalltalk über die Liga. Und wie toll doch die Landschaft sei. Als hätte sich Epsilon nicht auf eine gefährliche Reise gemacht. Sondern sich irgendwo in Kiratown ins Café gesetzt. Es war schwierig sich nichts anmerken zu lassen. Und sich gleichermaßen irgendwie noch zur Genüge am Gespräch zu beteiligen. Damit die beiden Vulnona und das Fulcano sich nicht fragen würden. Warum genau sie nun überhaupt mitgekommen war. Glücklicherweise kamen nach etwa drei Tagen, die sich anfühlten wie Wochen, endlich die vier am Fuße des Vulkanes ein. Also gut, dann konzentrieren wir uns jetzt hier drauf. Epsilon, du sagst, dass du dich hier auskennst. Wir nicht. Und es wäre sehr recht, wenn du auch beachtest, dass Aurora und ich, naja, Eis-Pokémon sind. Sauer tut schon beim Angucken weh. Insofern ihr hier nicht warten wollt, bis Kel und oder ich das Teil holen, kann ich euch dabei wenig helfen. Aber den Weg kann ich euch zeigen. Achtung, das wird jetzt bestimmt sehr überraschend. Wir müssen auf die Spitze. Und dann am besten hoffen, dass uns der Plotkaiser niemanden geschickt hat. Darauf würde ich jetzt eigentlich nicht wetten wollen. Gleichfalls. So begann der Aufstieg. Für manche bequemer, für andere weniger. Kel fühlte sich in dieser Gegend sichtlich wohl. Epsilon war zu heiß. Aurora und Polar erst recht. Ohne ein Feuer-Pokémon zu sein, war dies kein guter Ort. Aber zumindest war der Vulkan ein wenig kleiner als der Eisberg. Zudem war ein Aufstieg leichter, welcher nicht durch Schnee und Eis aufgehalten wurde. Einen wichtigen Punkt galt es allerdings noch zu betrachten, den Epsilon schon halbwegs verdrängt hatte. Du meintest, es gebe hier Entwicklungssteine für mich? Ich sage definitiv nicht nein zu potenziell mehr Stärke in der Liga. Sind ja auch wieder direkt dort, wo die Plot-Armor ist. Nein. Nun, vorhin habe ich vielleicht etwas ungenau gesprochen. An sich ist das Teil der Rüstung schon ganz oben auf dem Berg. Aber es ist in einer Art Einhöhlung. Umgeben von Wänden. Feuersteine gibt es noch weiter oben als die Rüstung. Eben wenn man die Wände dort erklimmt. Es ist also ein noch weiterer Weg, als wir ohnehin nehmen müssten. Egal. Ihr müsst mich ja nicht begleiten. Wenn wir bei der Rüstung sind, könnt ihr Pause machen. Ich hole mir dann eben den Entwicklungsstein. Mit diesem Plan schienen alle einverstanden. Was auch relativ logisch war. Eine Pause nach einem langen Weg würden sie alle nicht ablehnen. Und wenn Kel die Arbeit alleine machen wollte. Weshalb sollte jemand ihn stoppen wollen. Und wenn er sich dann auch entwickelt hatte. Hätten Polana Wattra vielleicht sogar eine Chance auf den Champion Titel. Gerade, da dieser offensichtlich etwas einfacher zu erzielen war. In einer Welt, in der nicht ein Idiot und ein Psychopath die Liga leiteten. Das einzige, was schief gehen konnte, wäre eine Falle. Aber hierfür wären sie alle bereit. Und so erreichten sie bald den Ort, an welchem sich die Plot Armor befand. Das Teil lag bereits auf jenem Altar, welchen Epsilon hierfür kannte. Doch noch standen sie alle am Eingang des kleinen Tales der Spitze. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ich schlage vor, dass wir uns von mehreren Seiten annähern und die Gegend absichern. Aurora Kel, ihr nehmt die Seitenwege auf die Wände und steht dort bereit. Epsilon, du redest immer von deiner Kriegererfahrung. Du übernimmst die Front. Ich bleibe hier und halte Rückendeckung. Hat jemand Einspruch? Warum genau ist Kriegererfahrung für dich mit dem Frontkampf gleichgesetzt? Wenn wir angegriffen werden würden, können sie sich am besten alleine kurz verteidigen. Außerdem würdest du eine potenzielle Falle, in die wir dort treten werden, am besten vorher erkennen können, als irgendjemand von uns. Und die Argumentation machte durchaus Sinn. Trotzdem sorgte sich Epsilon ein wenig, wenn sie ins Rampenlicht treten sollte. Denn es wäre sehr wahrscheinlich, dass ein Anhänger des Plotkaisers davon erfahren hatte, wie sie mit dem Kaiser gesprochen hatte. Und in diesem Fall würden Polana Watra Dinge zu hören bekommen, die nicht für ihre Ohren bestimmt waren. Aber abzulehnen wäre auch nicht unverdächtiger. Somit muss der Epsilon wohl improvisieren. Also gut, Aurora Kel teilt euch auf. Er hat ein paar Minuten Zeit zum Klettern. Dann gehe ich los. Der Plan begann und sollte schnell umgesetzt werden. Etwa zwei Minuten verging. Das sollte den beiden Kletterten reichen, um ihr Ziel zu erreichen. Vielleicht war es eine Übervorsicht aller Beteiligten. Aber das Zorok spürte genau, dass etwas faul war, als sie lostrat. Langsam ging sie in das Tal. Schritt nach Schritt der Rüstung immer näher kommt. Sie spürte genau die Blicke von Kel und Aurora. Von den Wänden herab. Offensichtlich hatte sich dort oben keine Gefahr versteckt. Aber... Wo denn sonst? Es konnte doch nicht... Nein, es konnte wirklich schlecht sein, dass... Epsilon! Achtung! Erschrocken mich Epsilon zurück. Doch einem Überraschungsangriff entging sie nur, da Kel sofort von seiner Erhöhung gesprungen war und sich in den Weg gestellt hatte. Das Fucano war sichtlich bereits durch den Sturz verwundet. Der Angriff kam noch dazu und... Aurora war nicht mehr zu sehen. Was aber noch wichtiger war... ...war, was zu sehen war. Und zwar ein Angreifer. Halt dich raus, Kel. Das hier geht euch nichts an. 확赤 dich raus. Vielen Dank.